Ich gehe unten rein. Ich gehe auch hier unten rein, von der Treppe hinten. Ja, ich gehe nicht von der Treppe. Benji, bist du das? Nee. Er war bei mir hier an der Treppe, an der Jusek Treppe. Ah, ich bin down. Mann, scheiße, wie rutsch ich da durch, Alter. Wieso killt er mich, wenn ich schon hinter der Mauer bin, also? Ach, leck mich doch am Anus. Wo ist der Typ jetzt eigentlich? Im Keller. Ok. Peter, grüß dich, schön dich mal wieder zu sehen. Du bist noch nicht am Leben, Matze? Ich bin tot. Ich bin down. Direkt in der Pipeline am Weg. Ach so. War es ein Spieler? Ja. Zwei Stunden. Wenn wir hinten rauskommen. Ich höre was, ich höre was. Das bin ich. Alter, Mensch, das bin ich. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe doch gesagt, ich bin vorne in der Hütte drin. Ich bin am Bus. Ich sage, ich komme raus, da wo ich rauskomme. Die lagen beide unter dem Rohr. Ok. Komm zu euch. Einmal zuhören, Leute. Ich liegt kurz vorher vor dem... Nate. Nate liegt... Oh, ist er sauer. Wer liegt unter dem Rohr? Klaus, bist du das? Nein. Benji, bist du das? Nein, ich bin die Leute. Ey, da war ein Spieler, Alter. Habe ich jetzt... Ja, zwei Stück. Habe ich jetzt da zwei Spieler aus Versehen erschossen? Leck mich doch am Arsch. Ich wollte mich eigentlich nur zusammenflicken. Ich komme ja angehumpelt, Alter. Ich kann kaum atmen. Boah. Muss mich erst mal... Rico hat mir das Bein weggeschossen. Ich habe ihn ordentlich inne eingeschenkt. Machst du das leichte Beute. Alter, leck mich doch am Arsch, Menschenskind, jedes Mal. Bist du auch tot? Ja. Ja. Willst du oben bleiben, Matze? Wo bist du? Vorne schon? An der Treppe? Das bin ich. Okay. Dann bleib ich oben. Alter, wo kam das denn her? Ach, leck mich doch am Arsch. Zum Crackhaus. Achso. Da ist auch noch so ein Shot-Container, hier vorne direkt. Oh, rechts bei der Leiche habe ich auch noch Steps gehört. Schmeißt du mal eben eine Granate? Ich bin links neben dir. Du bist am Piepen da, ne? Ja. Ich bin links neben dir. Da und da in derалось. Der rennt dort immer noch rum. Der ist gesprungen. Warte. Der kommt. Hier fliegen die Lewand. Blösten fliegen. Oh, weg. Hey, ich war rum. Ich war um die... Willst du mich verarschen? Alter, ich war längst weg. Wo kamen die her, die Granaten? Ja, von dem Durchbruch. Aber 303 haben wir 311. 309. Nee, das ist ja West Wing. Das ist wieder eine andere Story. Sicher? Ja, ja. Okay. Wir müssen erst mal rüber in den West Wing kommen. Warte, ich gucke hier nochmal. Ist noch eine Tasche. Aber gut, es hat keine Medizintasche. Aber vielleicht ist ja ein Scope drin. Ey, da liegt hier einer rum. Den habe ich ja noch nie gesehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ein Roller hat er für mich. Ey, in so einem toten Skeff, Alter, ein Roller. Wo bist denn du jetzt? Hier, an der Bett, da, hier. Hier liegt er auf dem Bett. Ah, okay. Hast du den schon jemals gesehen? Nee. Warte mal. Ich selbst gehört. Also, ich werde jetzt hier direkt durchs Loch springen und dann wieder einen Headshot abholen. Jetzt müssen wir über diesen scheiß Skybridge drüber. Warte mal, hier ist eine Tür. Keine Medics. Nee, ich bin dort, glaube ich, auch vorwiegend unten im Erdgeschoss. Hier müssen wir uns beeilen, weil hier stirbt man auch ganz gern in diesem Treppenhaus. Wie das denn? Ich war doch um die Ecke zurück, Alter. Ach, leck mich doch. Und genau da drüben müssen wir hin. Hm, geschmeidig. Okay, ich bin den Färbsschlitz geritten. Ich muss halt da oben wieder ein kleines Geff anzüppen. Aber nein. Aber! Alter! Scheiße, was war das denn für ein... Boah, leck mich doch am Arsch! Du läufst? Ja, ja, ich renne. Oben. Läufst du unten? Nee, ich bin oben. Hier ist einer hier ran. Zwei. Die laufen hier unten rum. Ach, Alter, leck mich doch. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Fenji, du treibst doch auf Holz. Ich bin kurz und war zwei dritte gegangen. Minus. Okay. Könnte ein Spieler gewesen sein, dann läuft doch jemand. Oder läufst du? Ich bin das hier unten. Okay. Ich sehe dich, Klaus. Ja, ja. Jemand hat von euch jetzt einen Helm auf, ne? Ich nicht. Ich eigentlich auch nicht, oder? Habe ich einen Helm auf? Ich hatte gerade jemanden Helm auf. Ich habe keinen Helm auf. Ich hatte gerade jemanden Helm auf. Was? Ich nicht. Na, Matze, aber die sieht dann auch mit Kuchengranate. Leg ihn um, Benji. Hast du Sichtkontakt, Klaus? Nee. Ich weiß nicht, wo er ist. Ey, hier kommen die Eier geflogen, Alter. Der kann doch gar nicht so weit weg sein. Und down. Benji, kommst du mit rüber? Der ist angekratzt. Du hast keinen Helm auf, ne? Nee. Der ist in einem kleinen Unterstand. In dem Haus? Wo ist der hin? Wo ist das Gap? Wo ist das Gap? Was? Oh, Matze, das bist du? Oh, nein. Alter, Mensch, nein. Der sitzt im Unterstand, Alter. Mein Kill. Warum hast du denn jetzt ein Dings auf? Was denn? Eine Maske. Also irgendwie so ein... Ich habe eine Brille auf. Ballerklappe oder irgendwas. Ja, ja, genau. Naja, eine Maske habe ich doch immer auf. Oh, fuck. Nee, der Typ, den ich kurz angegeben habe, der hatte keine... Keine... Gar nichts auf. Also der war... Oh, Leute. Deswegen dachte ich, das bist du. Oh. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, Alter. Und Speer gekonnt aufs Gelände. Was ist da los? Ich glaube, ich habe ihn. Okay. Ich habe auch noch einen. Ich habe noch nicht. Das kam doch von der Form. Ja, ja. Ah, okay. Ich sehe Granate. Werden die geworfen? Ich brauche Hilfe. Wir kommen. Wir kommen. Wenn der scheiß Brustlick endlich mal los ist. Klaus, du musst uns nur sagen, nicht, dass wir dich jetzt erschießen. Wo ist der Typ? Die kommen hier hoch. Die kommen hoch. Die kommen hoch. Liegst du, Klaus? Ja, ich liege. Oh, sorry. Dann habe ich auf dich geschossen. Was, die kommen hoch? Von wo? Von wo? Da, Richtung Panzer. Granate fliegt. Keine Ahnung, wo der Panzer ist. Ja, der Panzer ist ja weiter vorne. Klaus, du verwickelst dich? Ja, ja. Okay. Au, 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 au. Hä? Ich bin tot. Wer rennt da? Oh! Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Scheiß, Schorlein. Drecksmap, Beutel. Stimmt ja auch. Ne, warte, Klaus ist noch drin. Oh ja, sorry, Klaus. Wo ist er denn? Ach da. Ne, noch mal. Warte, schmeiß ich meine Weste. Da. Oder so. Oh, ist da denn alle drin. Ey, geil. Ein 60er Mech. Ja. Angucken, ja. Ach so, der Beutel muss aus deiner Tochter ins Bett bringen. Er scheint, ich scheine ihn überredet zu haben. Oder wir. Hm, guck. Ich gucke mal, ob wir fragen. Ja, Beutel, kein Stress. Upp. Oh, ich dachte, wünsch ich mir das. Oh nein, das kann jetzt. Ich dachte auch, Benji ist das. Wir sehen. Boah, Alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Ist er auch so aus? Wo liegt ihr? Na, an der. Wenn du an der. Unkleide direkt. Unkleide direkt weiterläufst. Leck mich doch am Arsch. Warte mal. Ja, ist Clubenspieler. Ach ne, ist das Gap. Alles gut. Liegt. Okay. Oh, ihr Spieler. Eingewandt. Unten auf der Straße. Ey, ich bin tot, Alter. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, das kann jetzt nicht wahr sein, Alter. Leck mich am Arsch. Ist klar, Alter. Warum auch nicht? Ach, komm. Leck mich doch. Ich glaube. Bis zum nächsten Mal.